Seht noch mal gut hin. Werft einen letzten Blick auf diesen Planeten. Ja, Herr. Meister Friesan. Na los, Herr Bon. Meister? Schnell, öffne die obere Luke. Na, mach schon. Was? Aber Meister Friesan, eure Männer sind doch noch oben. Ganz wieder erwünscht, Meister. No! Kriezer! Hey, Freezer! Komm raus, du Feigling! Komm schon! Worauf wartest du? Zeig dich, du Ratte! Meister Freezer! Da ist der Meister Freezer, unser Herr! Die Zukunft! Unsere Zukunft wird sich verändern! Das Schicksal unseres Planeten Vegeta! Meine Zukunft! Mein Schicksal wird sich ändern! Und das Schicksal meines Sohnes Kakarot! Und natürlich auch... Dein Schicksal Freezer! Du sollst verrecken, du Arme! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020